Hallo zusammen, wir spielen das Spiel Gamedev Masters Ein Spiel mit der Unreal Engine geschrieben Kostet derzeit 12,49€ bei Steam Joa, schauen wir es uns an Äh, joa Da scheitert, warum da wir nicht starten Achso, weil wir jetzt alles hier mit irgendeinem Scheiß ausstehen Ja Oh mein Gott Ja, von mir aus, mir wurscht Boah, das sieht schon mal jetzt grauenhaft aus So Hm, bevor du anfangs großartiges Spiel zu machen Solltest du erst mal ein Tutorial machen Ja Also sie absolut null Wirklich überhaupt gar keine Motivation liegt, dass sie das irgendwie auch noch irgendwie schön machen wollten Joa Dann starten wir einfach mal Aha Okay Der ist auf Bild geklaut Wow Wow ja wir werden halt alles wie man so kennt aus dass wir uns einfach nur billig kopiert von auch anderen spielen die nicht so ähnlich innovativ sind dazu und ja alles was wir hier sehen sieht absolut beschissen aus auch sollte das irgendwie spaß machen oder ich habe keine ahnung was sie sich hier vorstellen aber das ist richtiger scheiß hier wir versuchen halt wieder mal wie wir auch bei den anderen spielen in dieser richtung mit dem balken ungefähr irgendwie das richtige zu erwischen so nähe wir dran sind wir wahrscheinlich an der bewertung ausfallen ganz stumpf auch der sound ist selbst oder das disaster so richtig schlecht unsere programmierin hat ein level up bekommen ich werde das absurde scheiß auch wie bei anderen wow es ist ja so toll tja wow nachrichten und wieder nur einfach eine textseile die irgendwie reinkommt also doch dieses spiel macht einhundertprozentig überhaupt gar keinen spaß das ding ist echt so wie man es hier sieht kann man es einfach gleich nehmen und in die tonne schmeißen das ding ist einfach absolut null wert ich meine ansatzweise irgendwas also keine ahnung was sie sich hier vorgestellt haben warum das warum sie das verkaufen könnten das ist wow wir haben fans bekommen wir sind ja so toll ne absoluter rot es gibt hier wahrscheinlich auch nicht irgendwie was man noch upgraden könnte und auch dieses tutorial einfach so hingeschießen das ist ach es sieht zum kotzen aus und es wird einfach nicht besser ne ich beende das hier das hat überhaupt keinen sinn also einfach löschen und am besten die programmierer noch mehr erschießen aber das ding hat überhaupt gar keinen wert ne